Du möchtest gern genauso schöne 3D-Kunst mit Blender 3D erstellen, weißt aber nicht, wo und wie du dabei anfangen sollst? Und vielleicht bist du auch ein bisschen eingeschüchtert von all den technischen Begriffen? Keine Angst! Blender und generell 3D kann jeder lernen. Und ich würde sogar behaupten, es ist deutlich leichter zu lernen, als beispielsweise zeichnen und kann gleichzeitig, aber auch wunderbar in Kombination damit eingesetzt werden. Woher ich das weiß? Mein Name ist Sandra, ich bin professionelle digitale Künstlerin und Gründerin der S-Art School. Und neben meiner langjährigen Erfahrung, habe ich nun bereits mehrere Jahre als Dozentin genau dieses Thema unterrichtet. Und bisher haben dabei all meine Studierende die Transformation geschafft von Ich kann nicht mal diesen Würfel hier drehen, bis hin zu Schau mal, diese 3D-Modelle habe ich selbst gemacht. Und genau das wirst du mit diesem Kurs eben auch schaffen. Hierin habe ich schließlich meine gesamte Erfahrung in gut strukturierte und leicht verständliche Lektionen gepackt. Konkret lernst du in diesem Kurs alles, was du benötigst, um von einer Idee bis hin zu einem finalen 3D-Modell zu kommen. Nämlich die Grundlagen zum Programm, um dich in Blender 3D zurechtzufinden. Die generellen 3D-Konzepte, um ein Grundverständnis zu erlangen, welches du auch auf andere Anwendungen übertragen kannst. Die Grundlagen zum 3D-Modelling, um aus einfachen Grundkörpern komplexe Objekte zu erstellen. Die Grundlagen zum Shading, um diesen Objekten mit Materialien, Farbe und weitere Eigenschaften zu verleihen. Die Grundlagen zum Lighting, um deine 3D-Modelle optimal mit verschiedenen Techniken zu beleuchten. Und schließlich die Grundlagen zum Rendering, um schöne 2D-Bilder aus deinen 3D-Szenen zu erzeugen. Zudem erwarten dich zahlreiche Übungen, Materialien und Projekte, mit denen du nicht nur das Gelernte praktisch anwenden kannst, sondern durch die du am Ende des Kurses auch ein eigenes Produkt, nämlich ein Blender-Memory-Spiel, vor dir liegen haben wirst. Und vor allem wirst du durch mein spezielles Coaching und integrierte Lernpläne auch gute Gewohnheiten entwickeln, um nachhaltig zu lernen. Also, willst du mehr wissen und Blender wirklich lernen? Dann melde dich jetzt hier für den Kurs an.